Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Singer Player FF17. Ja, Hähnchen ist gerade weg und ich bin allein, wie immer. Allein, 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 allein. Oh. Ich bin wieder so richtig allein. Oh nein. Alter. Ja. Das war jetzt überhaupt gar nicht gut. Was macht denn das Hähnchen da? Ja. 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 Okay. 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 So, jetzt ist der früh. Äh, leer meine ich. Guck mal, was macht ein Hähnchen da? Seit über fünf Minuten schon ist er weg. Und das wird ne Aufnahme! Fertile. I'm ready, I'm ready, I'm ready to drown Pull me under, pull me under Geil, so richtig viel Raps So, was sagen eigentlich die Preise? Oh, Hackschnitze 208, oh Gott, das ist wenig Okay, der Raps ist ziemlich hoch, da kommt der jetzt endlich Ja, oder auch nicht Oh Gott Scheiße Hast du sauber hingekriegt, Borgi Nein, falsch Borgi, du bist ein Held Oho Oho Jetzt, 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 jetzt Jawohl Ich würde sagen, das lassen wir auch in den LKW hier Ich denke mal, wir werden das gleich auch direkt verkaufen Oho Na, 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 ja Oho 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 So So, bin wieder da Alter Alter Wieso bin ich in dem scheiß Linddreck drin? Weil du blöd bist Oho So, der große Mähdrascher ist jetzt fertig Oder alle Mähdrascher sind jetzt fertig Alter, ganz ehrlich, warum war ich in dem Linddreck drin? Weiß ich nicht Ich war da nicht drin Schauen wir schon Oho Alter, nochmal, wie heißt das jetzt hier, ähm, kacke auch, ähm, reinmachen Du darfst in den Radlader rein, ich brauche neues Zeug Brauch Zeug Samen brauche ich Ich brauche Samen in der kleinen Maschine 19 Meter nur noch Glück gehabt, dass wir überhaupt das geschafft haben Okay Ja, nee, Conny Ich bin eine Freunde von meinem Vater Okay Ich komm gleich Ähm, wir sollten gleich mal vielleicht, ähm, Raps verkaufen, oder wie, wie Äh, ist jetzt der Preis gut, oder? Äh, wann, äh, wann sollten wir verkaufen? Tausend Ah, nee, warte Ja, ich glaub, warte mal, 1500 hat ich mir aufgeschrieben Ja, ich meine, ja Warte, mach mal, mach Und das eine ist noch am steigen Eins, fünf Habe ich mir auch geschrieben, oder? Naja, das eine ist sogar noch am steigen Das eine, eins, fünf White Agri-Business, ja Ja, geil, lass uns das gleich mal machen Aber mach mal erst mal hier, wie hast du halt ein bisschen Wixel drauf? Ja Na, dann filmen wir gleich die Dinger mal rapsvoll Wie viel haben wir denn? Ähm Ganz cool, so viel Ja, weil wir, weil wir, weil wir, weil wir halt alles offen Das war alles in den Hängern, ne? Deswegen hab ich nämlich nicht auf, äh, abgeladen Äh, ich krieg grad so viel Ja, der braucht, wie gesagt, jetzt ein paar Lieder, ähm Ähm Ja, ich kann doch schon drei Wechsel Dickenwinks Dickenwinks Nur Saat, ne? Ja, der braucht nur Saat Ja, stimmt Da muss ich nachher Hobi abholen, ich muss nicht Oh ne, sollt drei Kilometer laufen Passt das? Oder muss ich die Saat, äh Nö, nö Ich kann auch noch den hier machen Ja, passt, alles gut So, voll Wieso? Und deswegen fang ich wieder hier hinten an Weil ich wieder ein Saat, der Samen muss, äh Samen muss, weißt du Deswegen Weil du dich das eine mal fragt hast, warum hat er denn von dir angefangen? Hä? Ich hab mich gar nicht gefragt, äh hab ich auch gar nie gefragt Doch gestern Hattest du dich gewundert, warum der von der 1, also von der Seite hier angefangen hat? Äh, eigentlich nicht Halt dein Hast du irgendwas falsch verstanden? Fünfzigtausend wieder? Ich muss mal kurz den Mähdrescher aber von hier weg fahren, weil dann machen wir hier gleich auch die Maschine an Ich fahr ja auch grad dabei alles hier Ist der leer? Ja, ich fahr den ja wie gesagt gerade weg Ach das ist der Kleine, oh Ja, das ist der Kleine Ich moch grad sagen Haha, ja ich hab gar nicht gesehen, dass das der, der Kleine, ich hab das irgendwie, ich war in Gedanken Der Große steht noch da hinten, ok, ja, der fand ich von hier an Achso Na, wichtig, wichtig mit Kondi da, deswegen Ja, ja Gut, aufhörden Ja, ähm, das mit den, äh, hier, äh, Gras klappt Ja? Geil Ja Dann waren das nochmal 50.000 Liter ungefähr, ne, wie jetzt Rob geliebt Ähm, es ist jetzt die zweite Ladung, die hier voll, äh, voll ist Ich kam jetzt noch nicht, äh, dazu, ähm, äh Achso, jetzt war der Sinn, dass das nur über 60.000 ist Ja, und, äh, äh, da ist ja immer noch Gras drauf Ja, du kannst Ich hab ja noch nicht die Dinge, äh, äh Ja, der hat, äh, dieser Haufen war zu groß Boah, da hab ich nicht zu großen Haufen gelegt, Alter Ja, ich glaube zwei Ladungen hast du da rein gefeffert Okay, jetzt geht's gut Helfer an Geht los! Äh, jetzt komm ich schnell mit dem Messer Ach, jetzt ist er, okay Ich bin jetzt schnell mit dem Messer Magst du den großen Mähdrescher mal, wie heißt er, zur Seite stellen? Nee Weil der nämlich schon zu leid gestillt ist Echt? Achso, hast du gerade schon gemacht, hast du? Ja Ich hab das letzte Mal geguckt, hab, war der noch nicht zu weit Nee, ich hab ja gesagt, sie fährt gerade noch mal zurückfahren, aber, ja Ja, das liegt doch, was ist heftig Das war schön Haben wir zwei Quellen zum Hexe, äh, äh, zum, wer ist das hier? Auf jeden Fall Sollten wir auch, äh, die Lade machen Ja, wir sollten uns halt nur einen größeren, äh, Ladewagen dann holen, würde ich sagen Ja, den hier verkaufen und einen größeren dann holen Können wir ja nach den, äh, hier, äh, Lamborghini machen Ja, genau, würd ich noch sagen, weil der Scheiß ist echt nur so schweinbeteuer Ja, ja Die Dinger sind echt heftig So, und dann fahren wir gleich los mit den LKWs, ne? Ja Machen den Scheiß schnell Ich fahr nochmal kurz, ähm, den Fendt hier, zur, zum Dings Zum BKA Dann düngen wir Mhm Ja, muss ja nur, nur einmal gedüngt werden hier Ja, nur die drei Felder hier, aber trotzdem muss er Den sollten wir übrigens dann auch mal, äh, den nächsten Mal auch wieder, äh, da solltet ihr auch rumtauschen Was, welch? Den, den, den kleinen, die kleine Sehmaschine, damit wir dann auch nicht, nicht mehr Düngen brauchen Ach so, ja Ja, 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 als nächstes dann irgendwie, also so und so, ne, den nächsten Ja, äh, nach den Lamborghini dann halt, ähm, Ladewagen und, äh, Sehmaschine Ja, so, warte, in welchem bin ich denn? Ich bin mal Endsoid, bin ich in den Ich komm gleich Ich bin noch im Weg zu So, warte mal, Mike, Aggie Business war da oben, bei Feld 1, oder? Hä? Die ganzen Namen sind weg Was? Man, auf meiner Karte stehen die Namen nicht mehr Okay Ach ne, war das doch, auf deiner Karte stehen noch Namen, oder? Guck ich gleich Äh 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 Was ist das denn jetzt für ein Scheiß, Alter? Äh Das Spiel wird immer schlimmer von Tag zu Tag Ja, das ist, ist doch jetzt nur ein kleiner Fehler Das ist ja so wirklich, äh Ja, aber die Namen, die Namen sind weg Ich weiß jetzt nicht mehr, wo, wie dieser Fall eingebaut ist Ja, warte doch mal Das sag ich dir doch gleich Ja, aber trotzdem Ah Das ist bei Feld 1 das Ding, ne? Ja, warte Ich bin grad am Entladen So Und stehen bleiben Ähm Wo ist die Karte? Da ist die Karte Ja, Feld 1 Also, bei dir steht das noch, Ulf? Ja Ähm Also das ist jetzt nur wirklich ein kleiner Fehler, also Ja, aber das ist doch ein nerviger Fehler, Alter Naja Ich find den extremst nervig, Alter Stell dir mal vor, ich wär jetzt alleine gewesen, äh Da hätt ich das Internet öffnen müssen und bla Oder einfach einen Neustand machen Ja, mach ja, also muss ich dann, äh, mal gucken, mal hoffen, dass der dann weg ist, der Fehler Aber das ist ja mal, also das ist Ja Ich denke einfach... Das ist ein kleiner, aber nerviger Fehler, Alter Naja Dann gibt es nervigere Fehler, oh, Alter, ist der am Rutschen Weil Dinge, also, ne Gut, und so den Rest weiß man, wo das so ist, ne Aber warum ist das weg, weißt du? Komisch, ey Boah, Alter Denk dran, auf der Rampe so dicht wie möglich fahren, Alter Schneide dir der... Ja, sie sind hier halt echt ein bisschen extrem wenig Oh, nach der Seemaschine hätte ich einen Wunsch Also, nach der Seemaschine und Ladewagen hätte ich einen Wunsch Äh, dein erstes Charme, oder? Ne, er das auch Achso, du willst zuerst einen anderen LKW haben? Meinen, also den den ich hab? Der hier ist gerade extrem an Schlittern, also... Ich kann nicht geradeaus für... Alter Der schlängert so rum, äh, übrigens Fäsche Äh, ich kann auch hier oben Äh, nein Hier fahr ich auch nicht fertig Hä? Doch nicht da! Ach, der... Stimmt, Feld 1 Ah, ich hab das gerade verwechselt mit, ähm, irgendwas anderem Ja, 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 ja Ich hab's gerade verwechselt Siehst du? Deswegen, ne, wenn sind die Namen auf der Karte geil Da hätt ich's nämlich nochmal vorher gesehen, bevor ich hier so... Die Kartenkenntnis eigentlich Oh, Alter Boah Klar, ich hab gerade nur den falschen... Ich glaub, das war dieses... Äh, bla bla bla, oder wie das heißt, ne? Ne, das war Gomez, wo du hingefahren bist Ah ja, Gomez, genau Und das auch nur hinzugucken Ich bin Softie Heißt denn Gomez Aquis, oder sowas? Ne, ne? Weiß nicht Auch keine Ahnung Äh, einfach Gomez Weißt aber, welches ich meinte Gomez! Das ist ja komisch, dass das auf einmal verschwindet, ey Heftig Back weg! Kein Bock mehr Ich hab Feierabend Das sind jetzt über 90.000 Lieder, wie heißt das hier, ähm, Wichsel, ne? Ja Hier müssen wir übrigens rein Ja? Ja? Verzettel Juuuua, jetzt, oah, das war jetzt deine Schuld Was ist denn das hier für ein... Ach, Sojabohnen Uh, fällt ein für Sojabohnen, ist auch ordentlich Haben wir hier schon mal verkauft Ich hab so einmal am Anfang gegeben Geil, uah Jetzt sind keine Sojabohnen mehr drauf Pfff Alle weg, Titel Ach du Kacke, ist das ein kleiner... Das ist der... Ne, das ist hier Gülle, achso, oder so Achso, das ist doch das gleiche Ding wie vorher, also das kriegen wir schon Ja, ja Das sind ja immer die gleichen... Ja, so Irgendwie ist er schmaler Ach du Ja, ja, ein bisschen Ich dachte, du fährst einfach rückwärts ran, Alter Du bist schon Ja, okay, jetzt Fahr doch rückwärts rein, Mensch Ja, mach ich doch, ich muss ja erstmal ein bisschen gerade lösen Du musst mich gleich eh runterschubsen So Abkoppeln Drei Zwei Eins Go Oh Raps, 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 raps Ah, wir Idioten Wieso? Nein! Äh Ich hab, ich hab noch abgebrochen Warte mal Warte mal Ja, ich bin auf dem Fall... 1529, ne? Äh, 537 Ah, ist noch ein bisschen hochgegangen, warte ich guck mal Ach, scheiße, jetzt geht der doch bestimmt runter, weil wir schon so viel abgeladen haben Ne, verkaufen 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 Den Rest, Alter Egal, 1,15 schon gut Hab ich ja, also das ist ja das, was ich aufgeschrieben hab, also was soll's Ja Ah, aber fies, Alter Schade, da haben wir beide nicht dran gedacht Ah, geht das nicht Äh Boah, 1662 Was? Ach ne, das sind Soja-Bond Das sind, das sind nicht Soja-Bond Sondern hier, äh, äh, Sonnenblumen Ne, Soja-Bond sind 1662 bei mir Ah, ja, 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 gut Jetzt ist er bei 1359 der Fall, alter schön Boah, Alter Wenigstens Glück ab Warte mal kurz Ähm Was denn? Guck grad mal was Der Lamborghini kostet mit Großen Motor 208.500, mit Frontleideranbau 209.300 Geil, haben wir genau Ja, geil Aber kauf mir noch nicht, ich will, äh, was vollhabendes Geld Soja-Bond haben wir ja noch Weil sonst Ja, aber da will ich ja nicht unbedingt jetzt so ganz dringend verkaufen Nur weil wir Real-Fax hier das brauchen, sondern Natürlich nicht Das verkaufen wir, weil wenn's fertig ist Hä? Also wenn, wie heißt das hier, guter Preis ist Ich muss auch grad sagen Alter What the fuck, alter Ach, müssen wir hier landen? Nö, nö Bist du einfach so runtergeschlittert, oder? Nö, ja, nee Machst du denn, alter, fährst du da die Berge runter, oder? Tschüss! Ich komm mit Okay, das ist Hart, aber ich hab's geschafft Genau zwischen Baum durch Genau zwischen Baum durch Uuhuhu Alter! Uuhuhu Die Laterne Die verdammte Laterne Jedes Mal wieder, alter Ach, hier ist das BGA Cool Egal was passiert, ich bleib an der Laterne hängel Fahr durch den mega-dichten Wald, wo der Slenderman wohnt, weißt du, alter Hauptsache, ich bleib an der Laterne sehr hängel Echt zum kurzen Ah, heftig, ich muss auch bald dosen Mein Wecker klingelt bald Ja, Mann Äh, ich glaube in 8 Minuten circa Ja, okay, das passt ja dann Ja, okay, das passt ja dann Muss ich mich anziehen, dos Egal, wie am trotzdem guten Preis für den Rapsdick Ja Ja Hätten aber besser hinkriegen können Aber egal Ein bisschen besser Ja, wer weiß Autsch Wie viel haben wir jetzt? 727.000 Liter Wofa Ist die Lage? Ja Ja, geht gut Arbeit Und wir haben immer noch Ähm Und wir haben auch noch Oh die Ähm Eisernte noch Meister sind auch fertig Aber wollen wir nicht dünnen erstmal hier? Kannst ja machen Ich mach dann so lange das Gras da weg Endlich mal Ja Geil, Alter Hä 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 Ach, ehrlich, Alter Ich liebe den Pickup Ich geh ins Düng Oh, Mann Hahahaha Ernsthaft Geil, Alter Mit Pickup Düngle Ich würd ja geil finden, wenn ich nen Pack gefunden hab, dass der nicht ausgebremst wird Bei der Arbeit, was war mein Oh, Mann Ich glaub, ich fahr hier mit 120 kmh, das war lange Ne, wird abgeräuscht Ich hab mich auch gewundert Das wär Hammer, Alter Mio 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 Hast du keinen Trecker zur Hand? Nimm einfach den Pickup-Medium Hast du eigentlich grad keinen Trecker? Ne, an dem einen überall sind Frontlader Ja, stimmt Hoppla Also deswegen Ja, hätt ich auch abmachen können Aber irgendwie Hat mich der Pickup-Land angeschielt und hat gesagt Moin Das ist nicht Dodo Das ist am Haus hängen geblieben Ach, das ist doch nervig, Alter Das Ding ist so lang, ey, das ist echt anstrengend Was? Was? Na, 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 na Ähm Was denn? Ähm, Alter Schwede Oh, mit deinem ähm 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 Wir brauchen wirklich echt einen neuen Ladewagen Der ist schon wieder voll Ist der schon wieder voll? Ja, und es ist immer noch was drauf Alter Hey Fabi, halt die Arbeit Ja, das ist der da hinten, müsste er Ja, ist der da hinten Die Sähmaschine Achso, das heißt, das ist ja alles angesamt Cool Weiß ich nicht, ob das große Feld auch schon Aber das ist ja wenn Das muss ja nicht gedüngt werden Das war nicht damit Oh, ist das ätzend Das ist das dritte Mal, dass er jetzt voll ist, oder? Ja Boah, Alter, dann wird das schon Äh, über 90.000 Liter Ja Cool Das ist doch schon ganz akzeptabel Sehr gut sogar Hm Kohle, 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 Kohle War wenig Dadurch, dass er noch so billig Ja Das ist eigentlich das Zeichen für Silage Äh, diese Rolle Ja Ja, sicher dass das diese Rolle ist Ja Ja Dankeschön Ja Ja, 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 ja Weil es gibt ja auch die Silage Rollen Diese verpackten äh, Ballen Ballen Nein, ich ne Hintergrund Du hast nicht geschlafen nie Nacht, ne? Ach Warum sollte ich auch? Ja, aber es war so gült, und nun da schläft Ja deshalb ja bist du dann heute Abend wieder dabei? ne, heute Abend nicht ich hätte sonst eine Mittagspause, aber so geht das nicht ja, dauernd schläfst du den Strichler diesmal leider wieder nicht, weil ich merke schon, ich bin gerade wieder down ja, ich wollte ja pennen, aber ich konnte nicht schlafen weil ich dann irgendwie irgendwelche Ideen in Planet Coaster hatte und dann völlig ja völlig völlig aufgeregt war das passiert mir in letzter Zeit echt häufig deswegen verliere ich auch andauernd meinen Schlafrhythmus den verliere ich soweit, weil du nicht ganz frisch im Kopf bist ja, du musst auch bei Ebay verloren die Wette gegeben irgendwo kommst du gerade von dir sauber und kauf das sieht so behindert aus was? ja, mess wohl na, was du alter, das ist American Muscle Car Power so ein Modell, Muscle Motor müsste man eigentlich mal in der Gruppe, wie heißt das hier, äh, posten ach, ich hab mir noch kein Foto, äh, könnt ihr mal gar nicht machen ich hab mir da letztens auch Fotos von uns gezeigt echt? ja warte, wann, ach, kann das sein, dass wir jetzt in verschiedenen Gruppen sind? ne, also ich bin in einer, bist du in zwei Landwirtschaftsimulator-Gruppen? ich war in zwei, aber in einer bin ich irgendwie entweder rausgegangen oder rausgeflogen, ich, äh, ich denk mal eher, äh, letzteres ich wurde irgendwie entfernt, aus der Grunde ich guck dann, ich guck nachher mal, ob du und der bist, wo ich bin äh, ich glaub, die heißt irgendwie Alice 15, Alice 17, so das weiß ich nicht, glaub ich hab ne Landwirtschaftsimulator 17 ja, aus der bin ich, äh, draußen, draußen, warum auch immer ha, nein ich hab mir nie was geschrieben und, äh, äh, bin scheinbar rausgekickt worden oder so ok, so, ich lass den Karre mal so stehen, aber wie gesagt, jetzt muss ich los damit ich Bescheid weiß, dass ihr einfach weitergedünftet so, bieb, bitte, bitte so, wie sieht der Preis aus für Oya Bone? danke, gut ja, warte, wir machen ganz kurz nicht auf Pause weil ich mach hier grad den letzten Haufen hier weg Junge also, ist hier irgendwo noch was? lass das doch sonst nachstehen, wenn du Bescheid weißt, was der ist, dass da gemacht wird weil, wie gesagt, wir müssen echt nicht fettig machen, um den Losland zu leider ja hallo so, jetzt kannst du gut tschüss tschüss tschüss, bis zur nächsten Folge also- tschüss 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 tschüss